Es ist vollbracht. Das waren die Worte von Jesus, als er gesprochen hat am Kreuz. Es ist vollbracht. Und ich möchte euch einladen zur Vollbracht-Konferenz 2024 mit Fabian Lüßland und mit mir, Daniel Exler. Wir werden zusammen Gottes Herrlichkeit erleben und wir laden euch herzlich ein vom 26. und 27. Januar 2024 in Dillen. Wenn du Heilung oder Befreiung brauchst, dann komm vorbei. Wir laden euch ganz, ganz herzlich ein. Es wird verschiedene Gebetsangebote geben, es wird prophetische Worte geben, es wird Heilungsdurchbrüche geben. Komm vorbei und mach mit bei dem, was Gott gerade hier in Deutschland tut. Amen.